servus leute kurzer beitrag von mir war gestern beim enforcer in ubstadt weyer und habe hier eine super tolle neue jacke von alpha industries beste qualität und und gerade im winter sind die jacken hervorragend die sind warm robust und vor allem die halten ewig und ich nehme jetzt mal mit heute bin jetzt momentan vom magnet fischen hier etwas ja eingebremst vom hochwasser hier und ich zeige es euch mal also wir haben jetzt zwei tagen hier extrem viel wasser und macht wenig sinn hier magnet angeln zu gehen bei dem hohen wasserstand in den kanälen da kommt der magnet nicht so weit runter oder schleift dann quasi nur auf dem grund und ich brauche ein optimalen wasserstand von dem meter oder einem halben dann hat man die meisten funde am magnet aber okay nochmals für die jacke hier bombenqualität ja ich bevorzuge die klamotten von alpha ich bin da in suchti und habe hier genug alpha klamotten kann ich nur empfehlen ja leute hinter mir hier hochwasser die ganzen nebengewässer sind überflutet durch druckwasser hier hinter mir so viel hochwasser habe ich schon lange nicht mehr gesehen aber momentan wird immer mehr ja wir haben eine tiefenbaggerung am baggersee und dadurch immens viel druckwasser wenn der wasserstand steigt ja okay gut auf jeden fall heute nachts hat es noch geschneit und dann noch eine info wann geht es weiter hier mit beiträgen vom ex thw helfer da kommt noch einiges momentan weniger bin es noch gerade dabei bücher zu schreiben und da nehme ich euch natürlich mit wenn die werke fertig sind dann mache ich auch hier eine lesung könnt ihr mal reinschauen dann ja so leute ich jetzt mal hier hochwasser also ist alles hier überflutet der see hier der hatte ich denke knapp ein bis zwei meter mehr wasser als höhenstand unterschied hier alles überflutet hier unglaublich ganz schön kühle luft hier gerade erster detember heute ja noch mal die coole alpha jacke hier kann ich gar nicht genug betonen die hält ewig die letzte alpha jacke die habe ich jetzt noch die hatte jetzt fünf jahre die sieht noch aus wie neu so leute ich bin noch etwas hier am spazieren gehen heute genieße die frische luft hier also top also kann ich jedem empfehlen schön laufen bisschen bewegung tut gut ja dann bis zum nächsten mal das war jetzt ein kurzer beitrag hier und dann sehen wir uns in den nächsten beiträgen daumen nach oben und dann geht es weiter und immer aufpassen ihr wisst bescheid